Skepster hier, ähm, Space behind the Scenes. Wir machen heute das Kostüm. Ich mach's nicht alleine, ich treff mich mit der Lilly von Change. Ich sag's nur, ich bin schon spät dran. Ich krieg den Zug nicht mehr, aber ich hab nen Plan, ich hab ne Idee. Guck mal hier. Wow! Oh! Puh! Wow! Oh! Hey, na? Nee, sag ich. Small Ton. Ist der teuer? Nee, das ist alles Second Hand Stoff. Wir nutzen nur so recycelt Stoffe hier. Boah! Boah! Und dann hier hin machen. Dass es genau passt. Yo! Okay. Das ist auch Dingbar von dem her. Yes! Der hat doch auch so ein Eck in den Kopf. Steve! Hallo! Ja! Auch echt bequem. Ja! Bam! 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 Und hier schneiden wir jetzt aus. Passte eigentlich, oder? Ja. Wir tun jetzt hier weißen Stoff hier so drüber und machen. Also weißen Stoff nehmen wir den, den wir hier rausgesucht haben. Der ist nicht dämbar. Aber hier oben, dass jemand da raus und rein kommt, brauchen wir dämbar Stoff. Genau, deswegen machen wir jetzt erst hier hinten zu. Mit so Bändern. Und dann machen wir das hier oben an den Schultern. Und dann machen wir das hier auf die Büße. Und dann kommt Stoff überall drauf. Und Ade. Yo! Man merkt, dass ich schon eine Weile lang nicht mehr in Köln war. Weil... Äh... Ich bin zur falschen Brücke gelaufen. Da hinten will ich eigentlich hin. Dann marschieren wir mal. Jo, aber es geht, wir haben den falschen Wein gekauft. Ich habe jetzt gewechselt. Zu Rotwein. Weil Weißwein macht gar keinen Sinn. Weil dann werde ich ja nicht rot. Ich glaube aber, dass wird niemand merkt im Video, dass ich die Weinflasche wechsel. Hoffe ich jetzt einfach mal. Oh! Erster Drehtag, Dennis. Was sagst du? Oh, hey. War cool. War anstrengend. Aber wir haben alle Shots gekriegt. Haben sie... Schön. Also wir haben jetzt hier, äh... den, ähm... Oberkörper. Und wir haben... möchten jetzt hier den Warnstoff, äh... machen. Damit, äh... es gibt es auch schön rein und raus kommt. Ich hätte nicht gedacht, dass es funktioniert. Okay. Ein Loch! Uh! Was halten wir davon? Das ist so ein sehr modernes Kleid. Recyceltes Kleid. Ja! Ja, also wir tun jetzt hier die Stoffteile ausschneiden. Und, ähm, dann tun wir nachher noch den Kopf drauf und dann... tun wir alles aufkleben und dann sind wir schon ready. Und drauf! Auf! I love it! Okay. Gucken wir mal... wie es hier aussieht. Du kannst du gut sehen dadurch. Es geht's nicht. Ich muss es auch tatsächlich weiter, deswegen, stell dich mal kurz hier hin. Ich muss jetzt gehen. Okay, tschüss. Ja, so, das hab ich jetzt einfach gegeben. Okay. Ich muss jetzt so richtig verändern, weil mir sieht es fertig aus.